Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Heute gibt es eine ganz besondere interaktive Folge, denn ihr liebe Leute dürft heute Detektivspiel gemeinsam mit mir zusammen. Heute werdet ihr entscheiden in dieser Folge, wie diese Folge ausgeht, denn es geht um Hogwarts. Es geht um das Eingangsportal von Hogwarts, das kaputte, defekte Eingangsportal von Hogwarts. Gestern haben mich hunderte von Nachrichten erreicht im Livestream, die gesagt haben, das Tor wurde zerstört, das Tor wurde eiskalt kaputt gemacht. So und jetzt ist die große Frage, wer ist schuld an der ganzen Miserie? Wer hat dieses Tor kaputt gemacht? Und das, liebe Leute, soll heute in diesem Video geklärt halten. Heute soll der Schuldige, der Schuldige von diesem Tor herausgefunden werden und dafür brauche ich eure Hilfe, denn ihr werdet das mitentscheiden. Ich werde euch jetzt als allererstes die Indizienlage für dieses Tor geben. Also, gestern hat mich im Livestream die Nachricht erreicht, Fabo habe mein Tor kaputt gemacht. Schauen wir mal ganz kurz uns das an. Oh mein Gott, Digga! Was habt ihr gemacht? Ja, den Hebel, ich wollte Basti zeigen, wie das Tor funktioniert. Ja, Bro! What the fuck? Du warst da drei Wochen nicht mal hier! Digga, Hogwarts-Verbot, ab dafür! Wahrscheinlich kann ich einen Prozent was dafür. Bro! Ja, kannst du! Weil, erklär! Weil du es betätigt hast. Kann ich wissen, dass das Tor einfach auseinanderfällt? Guck mal, was wäre passiert, wenn morgen einfach jemand anderes hingegangen wäre und den Knopf gedrückt hätte? Dann gab es viele, die gesagt haben, nein, Revi ist schuld. Revi in Wirklichkeit hat das Tor kaputt gemacht, weil er es irgendwie falsch bedient hat. Hm, dazu finde ich nicht sonderlich viel, aber kann man natürlich dem guten Revi auch nicht anrechnen, dass er immer alles richtig macht, ne? Und dann gibt es noch eine Besonderheit, und zwar, was ist anders? Was hat sich geändert beim Tor? Was ist anders? Es muss ja irgendwas anders gewesen sein. Ja, das Tor ist anders. Hier wurde etwas drauf gebaut. Also, wer hat das gebaut? Krokodil Andy hat das gebaut. Mit anderen Worten, es besteht auch die Möglichkeit, dass Krokodil Andy einen Fehler gemacht hat. Und last but not least gibt es einen weiteren Tatverdächtigen. Er sitzt gerade hier unten in der Ecke und winkt euch zu, ich bin es. Vielleicht hat Joe einen Fehler gemacht, irgendwie einen Fehler gemacht, weswegen das Tor kaputt ist. Liebe Leute, jetzt seid ihr dran. Ihr habt nun die Möglichkeit auszuwählen, wer eurer Meinung nach der Schuldige ist. Und dann geht die Folge entsprechend weiter. Ich bin sehr gespannt, wen ihr auswählen werdet. Wählt auf die Endcard aus, falls ihr die Endcard nicht anklicken könnt, Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten, liebe Leute, wählt erstmal euren Schuldigen aus. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.